Es geht nicht mit echten Dingen zu. Lassen wir uns den Cola verzaubern von diesem jungen Magier. Herzlich willkommen, Florian Klein. Oh mein Gott. Nein, nein, es geht nicht mit echten Dingen zu. Ich glaube, der hat ihm wohl übersinnliche Wettigkeiten. Das ist sehr geil, das ist sehr feindrücklich. Ich habe ja ein paar Zahmetricks, was ich noch nie gesehen habe. Ich bin eindrücklich, also ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Alter, ich bin ein Löhli. Scary. Nein. Abartig genial, ich bin wieder mal einfach fasziniert von dieser Kunst. Und ich glaube, ich muss es unterbeschreiben. Du bist ein unmöglicher Kai. Das ist eine helle Waffe. I'm amazed. Good actor, good actor. No, it's fantastic. You're a good one. So sensationell. Damn, it's good. Das gibt es nicht. Jetzt ist es so weit. Grenzgenial. Du bist ein Spinner. Du bist ein Wahnsinniger. Aber ich kann... Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr beeindruckend. Das heißt, du willst schlafen aus der Echten. Das ist ein Wahnsinn. Also ich weiss nicht, wie du das... Das ist ganz schön. Eigentlich, ich weiss nicht, was du da drin alles sonst noch siehst. Cool. Vor allem, man ist so nah dran und man sieht trotzdem nicht, dass es gut ist. Das ist der Wahnsinn. Äh, komm ja. Kaum vorstellbar. Incredible. Für mich ist im Moment Florian der absolut Grösste. Wenn du bist, kannst du das gucken. Wir beide sehen, wie du da... Untertitelung des ZDF, 2020